Unser dritter Finalist heißt Alexandre Zacharoff und er spielt von Maurice Ravel aus Miroach, Oiseau Triste, Une Barque sur L'Océan und Alborada del Gracioso. Ich wünsche ein genussvolles Konzert. Applaus 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 Untertitelung des ZDF, 2020 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 Wir sehen uns hier um 19 Uhr wieder, denn dann gibt es die zweite Finalrunde. Bis dahin alles Gute. Bis dahin.